Und hier und hier und hier und da ist hier etwa auch wieder so einer mitgewachsen und da noch einen, so und der, achso, den wollte ich ja lassen, Moment, nicht so nah, so nah. Machen wir den auch noch weg. Hoppala. Och, nö. Och, das geht mir jetzt aber echt hier. Ist jetzt egal. So, ab nach Hause. Hier neben einer und hier neben einer. So, ich hoffe, ihr wachst. Lauf. Oh, jetzt kann er nicht mehr laufen. Müssen wir aufpassen. Tür auf, rein, aufpassen. Schwert in die Hand. Ja, ja, bringen wir das Laub hier gerade mal noch in den Keller. Ja, da haben wir die Saplinge. Laub. Ist sogar von denen. Das tue ich mal da hin. Das war alles. Und, Moment, das Holz, das hatte ich ja separat hier oben. Korrekt. Ja, das ist reserviert für die anderen Farben. Normalerweise habe ich alles in einem hier drin. Habe jetzt aber einfach mal getrennt. Ich weiß noch nicht, wieso. Ist eigentlich wurscht. Dann habe ich ja eine Kiste. Und sonst, äh, ach ja, machen wir es einfach mal so. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde pennen. So, gut nachkommen. Jetzt ist mal das linke Bett. Bessere Aussicht. La, 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 la. Aber dafür haben wir einen weiteren Weg, um wieder hinauszukommen. Hm, naja. So, Schaufel, äh, Schärchen. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die Schaufel muss leer gemacht werden. Da zeige ich noch ein bisschen Eisen. Hm, ja. Sollen wir nochmal wagen. Ich probiere jetzt erstmal... Ich muss mal die komplette Kohle holen hier. Raum weg. Ein paar Stäbchen. 16 Stück. Ja, warum nicht? Dann machen wir einfach mal eine volle Lotte. Eine Torche haben wir da noch. Die Kohle können wir da wieder zurück tun. Die werden wir da unten nicht brauchen. Aber jetzt fehlen mir irgendwie Sticks. Kann das sein? Naja, ein bisschen Holz brauche ich. Dann nehme ich mal diese... Ah, 14, 16... Ach komm, wir nehmen jetzt einfach mal diese 15 mit. Und machen das dann voll. Und noch ein paar Sticks drauf. Äh, zockt. So, haben wir die Sticks voll. Haben wir noch ein paar Planks übrig. Jetzt kann es eigentlich losgehen. Voll gerüstet. Das werden wir nicht brauchen. Die kommt hier rüber. Die Leitungen brauchen wir eigentlich nicht. Packe ich mal weg. Die Erde ist mir jetzt völlig egal. Was war denn das? Habt ihr das gehört? War das ein Creeper? Kam das Geräusch aus dem Keller? Junge! Junge! Mach mir keinen Scheiß hier, ja? Oh, die haben jetzt auch andere Farben. Ach, ist ja witzig. So, dann begebe ich mich jetzt einfach mal hier raus. Äh, ja, Fresserei. Äh, ja. Super. So, wir sind satt. Mit drei Broten kann ich allerdings nicht so viel anfangen. Was machen wir denn jetzt? Ein paar Säblinge noch hier. Oh, das sind nicht nur ein paar. Das sind ein paar viele Säblinge. Und sogar noch ein Baumstämmchen. Na ja, ein paar viele sind es halt doch wieder nicht. Nichts mehr? Okay, da. 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 Hiiii. Da. 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 Äh, ja. So. Ich muss jetzt mit diesen drei Broten zurechtkommen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal nicht laufen. Aber ich kann ja mal probieren. So, Kripperle. Bist du noch irgendwo in der Gegend? Zeug dich mal. Ich möchte mal sehen, ob du noch hier sichtbar bist. Ach Gottchen, das war ja so ein Pille-Palle-Teil hier. Ja, super. Und deswegen stelle ich mich ja... Da müssen wir nämlich da rein. Da geht es nämlich wesentlich tiefer durch. Okay, dann buddeln wir uns gerade mal hier durch. So, ich lasse diesen Aufstieg hier bis da. Und da und da. Bam, bam, bam. So, der Rest wird gecancelt. So, und so, und so. Da haben wir noch ein bisschen Cobblestone für uns. Ah, der Kies ist mies. Der Kies muss weg. Hack. Also, jetzt müssen wir mal schwer aufpassen. Da geht es ja auch nicht weiter. Ach Mensch, das war echt... Das ist ja traurig. Dann gucken wir mal. Vielleicht stoßen wir hier irgendwo auf eine Höhle. Und ein bisschen den Cobblestone weghauen. Der hat hier eh nichts verloren. Ja, wie immer gibt es hier jede Menge Kohle. Die Flöze sind richtig groß geworden. So, und hier wird es natürlich jetzt wesentlich schneller. Ich traue mich jetzt gar nicht, hier weiter zu buddeln. Das wäre ja... Ja, gecheatet nicht. Aber das wäre ja todlangweilig. Und das Ganze nur, um irgendwo mal auf Edelmetalle zu stoßen, die etwas bläulicher schimmern als nur das Eisen. Na ja, nun denn. Ein Schäfchen. Da könnten wir auch was mitmachen. Ich nehme mal gerade den Crafting Table. Obwohl, das bringt hier ja gar nichts. Nee, das bringt überhaupt nichts. Sag niemals nie. Erstmal muss ich das hier so umsetzen. Dann gucken wir mal mit gezücktem Schwert hier oben. Es darf nichts passieren. Hallo? Da war wieder ein kleiner Fehler. Beim Drehen und Wenden bemerke ich hin und wieder einen Fehler, wenn ich gebückt laufe. Mal geht es schnell, mal geht es langsam. Keine Ahnung, was das für eine Auswirkung...